Ja, also bald haben wir in Europa Wahlen für Europaparlament und dann müssen alle Stimmen für Kandidaten, die eine Veränderung im Iran sehen wollen. Das ist am Ersten. Zweitens muss man also Politiker nationell unterstützen, die eine Veränderung in den Beziehungen zwischen der EU und der islamischen Republik sehen will. Also ich glaube, es gibt immer noch Länder, die nicht das Potenzial in eine freie zukünftige Iran sehen können. Diese Vision muss man präsentieren. Man muss nicht nur protestieren, aber eine andere Vision, eine Vision für eine freie Iran zu präsentieren. Das ist sehr, sehr wichtig, sodass Politiker, europäische Politiker nicht Angst haben für diese notwendige Veränderung im Iran.